Fuchs Finn So läuft das jetzt hier Beim ersten Mal habe ich falsch gedrückt, ich bin ehrlich, deshalb habe ich hier rumgespastelt umsonst Ich wollte erstmal erwähnen, mir geht es nicht so gut Ich habe hier, ne, da, ich habe kein Geld mehr verpflastert, deshalb kann ich das heute nicht tragen Und das muss auch mal an der, es sieht ganz schlimm aus, wirklich, also ich bin zum Teil entstellt Das nimmt natürlich dann auch wieder den Drive aus der Sendung hier raus, ne, tut mir auch ein bisschen leid, aber muss halt auch mal sein, ne Was wir hier haben, sind traurige Feinde, nein Spaß So, pass auf, hier, ein paar Bilder, gehen wir direkt rein, ne, Freunde, weil wir haben keine Zeit The Harpfather finde ich sehr, sehr gut, auch der Blick, der gefällt mir, ne Also da seht ihr schon, wer hier der Chef ist und wer nicht So, dann haben wir natürlich auch noch Harper schlägt mir wieder ins Gesicht irgendwie Ich finde, also ihr kriegt das mittlerweile richtig, ich habe da gutes Material, aber ihr kriegt das richtig gut mittlerweile hin Also ich spüre den Schmerz da auch, ne, irgendwie Und er, aber auch so, das geht jetzt so langsam Da kann man nichts dagegen machen, ey, immer wieder dieses Lü Lü Lü, das gibt sie doch nicht alle Das geht langsam in die Richtung Mobbing in meinen Augen, ne, also ihr wisst, was Rosenkohl und ich, wir sind nicht die besten Freunde und Es muss aufhören langsam Es muss wirklich aufhören Warum nur drei? Weil wir nicht wissen, ob wir das Video wieder teilen und euch vorgaukeln Dass es mehrere Tage vergangen sind, ne Das kann natürlich sein, dass wir das machen Deshalb weiß ich das noch nicht Ansonsten kommen die vielleicht mitten im Video einfach mal, so, dass ihr einfach gucken müsst Huh, ihr müsst das ganze Video halt gucken, ne Hehehe, wie gemein er ist So, was er dann auch nicht gemein gemacht hat, ist schon hier liebevoll was vorbereitet, ne Ja, so kennt ihr ihn Er ist so gut zu euch Eben, ne Aber ihr seid ja auch gut zu mir So, Vollbild Ich weiß gar nicht, was wir, was wir da haben Bin ich ganz ehrlich zu euch Aber ich möchte mir unbedingt was zu trinken machen, weil ich Durst hab, ja Ich lass ihn einfach mal laufen und wir begrüßen ihn So, Metal Rüdiger Ich sag's ja jetzt schon mal, dann brauch ich nicht zu pausieren Moment Der Medienprofi schaltet erstmal das andere Gerät aus Was noch gekoppelt ist Und koppelt erstmal seine Kopfhörer Bespaßt euch dann aber mit lustigen Geschichten Die eigentlich so ein bisschen an den Winkler angelehnt sind Denn es gibt gar keine lustigen Geschichten, ne Ich laber halt einfach in die Kamera und versuch euch zu beschäftigen Und schon sind die Kopfhörer verbunden Und ihr habt gar nicht gemerkt, dass die Zeit vergangen ist Oh yeah So, heute werden wir mal wieder Warum ist der so leise? Bist du doof oder was? Oder bin ich doof? Moment Was ist der unfassbar leise? Was ist denn da los? Ich kann den nicht lauter machen Ich hab jetzt heute nur 50 Kommentare gemacht Ich krieg nicht lauter zum Lied Ich hoffe ihr hört das da draußen Das ist zu leise, ne? Jetzt Aber ich Was soll ich machen, Leute? Was soll ich tun? Boah, ich werd auch von den Vögeln jetzt gemobbt Okay, ich guck mal Pass auf Das einfachste ist, was ich jetzt mach Ich guck mal, ob das hier auch so leise ist Oh ne, Junge, das ist besser Okay, dann müssen wir das jetzt gerade erstmal Geschickt, wie er ist Tut er das für euch wegklicken Dann Machen wir den ein bisschen leiser hier Und damit Sonst platzt mir das Ich bin zwar halb taub, aber Ich guck mal kurz Moment Vielleicht ein bisschen Moment, ich teste das für euch Und dann herzlichst du willkommen beim Drachen Test, test, test Und wieder mal kurz zu bringen Ja, so sind wir ungefähr gleich Ich mache ihn Mir mache ich ihn aber ein bisschen lauter Wenn ich glaube, ich will ein bisschen schreien Dann ja, merke ich schon, dass ich lauter bin als er Ich mache ihn auch noch was lauter Wir gehen nochmal rein, Freunde Warum rein ein Gwiesen? Ja, das ist schon besser, ne? Ja, komm Damit er mich richtig nervt Baller ich ihn auf volle Lautstärke Weil es ist ja nicht so, als würde mir das Nicht schon reichen hier, dieses Aber ich gebe ihm die Chance, ne? Wir können ja mal gucken, ob er irgendwas Interessantes für uns hat Der Titel ist Ich melde mich mal wieder Okay Mal gucken, was er zu erzählen hat Metal, Leute Servus Und dann herzlichst du willkommen beim Drachen Heute wieder mal kurz ein bisschen rumrennen gewesen Mal kurz ein bisschen so ein Stativ improvisieren Was will ich eigentlich erzählen? Wirklich interessant, eigentlich nicht wirklich was Ich habe ungeahnt viel Freizeit Weil mein Hauptkanal ja so gut wie down ist im Moment Weil ich nichts hochladen will Können im Sinne von Nicht, dass mir irgendjemand es verboten hätte Was hochzuladen oder zu machen Weil der wird ja momentan Das ist natürlich schon mal äußerst wichtig Direkt erstmal Dein geiles Gesicht ist es egal, was ich mache Ich kann es gar nicht schaffen Dein Gesicht sympathisch zu stoppen Und jetzt habe ich auch schon wieder vergessen Was du gesagt hast, wenn ich ehrlich bin Ich bin so irritiert von deinem Gesicht Ich weiß auch nicht Das ist so irgendwie Wie alt willst du sein? Acht? Oder 46? Rainer Winkler? Ja Ich kann es nicht einordnen theoretisch Das ist irgendwie Warte, ich versuche es Ach warum? Es wäre oft viel zu kompliziert Mein altes Hirn anzustrengen Weil mein Hauptkanal jetzt Ja, ja richtig Genau, jetzt weiß es wieder Wir möchten natürlich erstmal erwähnen und festhalten Er könnte, wenn er möchte Anscheinend geht es darum Er hat viel Freizeit Weiß nicht, was er tun soll Und sein Hauptkanal ist in der Zeit Down 2018 war das Er möchte erstmal klarstellen Die Hater haben das nicht geschafft Das ist was anderes So gut wie Down ist im Moment Weil ich nichts hochladen will Können im Sinne von Nicht, dass mir irgendjemand es verboten hätte Was hochzuladen oder zu machen Weil da wird ja momentan spekuliert Das stimmt aber nicht Ich habe das alles freiwillig gesagt Hat ja mehrere Gründe auch Einer der Gründe ist Dass ich selber keine Ideen mehr habe Für neue Projekte oder neue Videos Obwohl ich auch an ein, zwei Skripten gearbeitet habe Und die auch eventuell machen werde oder will Aber nicht Skripte, die er eventuell machen wird oder will Dass ich liebe solche Aussagen Weiß ob und wann Ich wegen dem 20. eigentlich keinen Bock mehr drauf habe Auch wenn ich meine Streams deswegen nach wie vor weitermache Unterkriegen lasse ich mich auf jeden Fall nicht Nein, das musst du auch gar nicht Dich will ja auch gar keiner unterkriegen Was ist das? Lass uns erstmal darüber reden Was soll das? Ich meine das geht ja irgendwie noch Und ich verstehe auch Dass du bei manchen Längen halt Gewisse Probleme hast Da irgendwas Aber ich sag's noch Diese Tüte mit den zwei Löchern Damit du rausgucken kannst Das hier muss gar nicht ausgeschehen Einfach nur, dass du gucken kannst Dann setzt du dich da vor Das wäre halt schon irgendwie Qualität Also eine höhere Qualität So viel ist sicher Entschuldigung Also Sollten bestimmte Leute Die es momentan auf dem Hauptkanal Nichts kommt Nicht falsch interpretieren Ich habe jetzt auch die Videos Die offline Interpretiert das bitte nicht falsch Wenn der Dragon Monday nicht kommt Ich bitte euch Die waren wieder freigeschalten Dass man sie wieder anschauen kann Die hatten auch einen Also es hat ja auch einen ganz bestimmten Grund Warum ich das gemacht habe Zusätzlich nochmal Zu dem ganzen Hate Und die Sache mit Kein Bock, wie ich am 20. Seufzt, Freunde Er muss jetzt aber auch Seine Probleme erzählen Und es sind viele Probleme Und ihr seid quasi daran schuld Sache, dass ich keine Ideen hatte Sondern ich habe es auch gemacht Weil ich nicht wollte Dass die Medien nochmal unnötig Mehr Aufmerksamkeit darauf lenken Genauso kennt man den Lad Möglichst geschickt Um die problematischen Fälle Drumrum Navigieren Wer kennt das nicht Du bist in der Situation Hey, du musst so ein bisschen Untertauchen in Deutschland Welches Auto bietet sich an? Dann fährst du einfach mal Zum Ford-Händler Und fragst Gibt es denn auch in Blau? Das ist nämlich echt nicht nötig Oder war auch nicht nötig Und soll auch so bleiben Für die Zukunft Das macht es jetzt nicht besser Bitte Das Ich weiß nicht Nichts ankündigen Weil ich nicht weiß Was ich mache Bruder Was ist mit dir? Du kannst doch nicht hier Meinen Haarschmuck Hallo? Entschuldigung Aber ich wollte mich halt nicht Wie ein Mensch fühlen Du weißt doch Wenn mich das zu sehr nervt Dann gehe ich in den Ich bin aus Amerika Und die haben mich nicht entdeckt Deshalb bin ich eine Fee Eine Elfe Entschuldigung Eine Elfe Ich möchte das auch dann dokumentiert haben Bevor du mich hier mobbst Weißt du Die Leute sagen immer hier Mobbing und so Mach an hier Kamera Damit wir das sehen Wenn ich hier Wieder gemobbt werde Ich will das auch genau Dass das gesehen wird Wenn ich gemobbt werde So Freunde Damit wir das dann nicht so genau sehen müssen Okay und wann was weitergeht Oder wie es weitergeht Sondern ich bin einfach am überlegen Ob ich nicht vielleicht doch Irgendwelche neuen Formate Und so weiter habe Ich schreibe Neue Formate Ja das ist auch immer schön Ey wenn man Wenn man Geld kriegen würde Wie oft du ein Format angekündigt hast Oder überlegt Was man da macht Oder das sind Planungen Junge Das kannst du dir auch nicht vorstellen Ich schreibe dann viele an meinen Büchern Ich schreibe ja auch Bücher Für alle die es immer noch nicht wissen Nein Und ich schreibe da momentan Ein bisschen weiter Ich weiß nicht Wie weit ich da komme Oder wann das weiter ist Zum Veröffentlichen ist da eigentlich Nichts davon bereit Weil Auch das was von den Hatern mal Von mir geklaut wurde Was durch ein Durch ein Versehen von mir Und durch eine Dummheit von mir An eine Person weitergegangen ist Die es dann weiter veröffentlicht hat Selbst das Buch ist eigentlich Nicht dazu bereit gewesen Und auch nicht bereit dazu Veröffentlicht zu werden Obwohl ich seitdem Das ist jetzt ein Jahr ungefähr her Ganz vielen lieben Dank Ja was heißt Also die Bücher waren nicht bereit dazu gewesen Veröffentlicht zu werden Freunde Bitte achtet da drauf Was redest du da wieder Es ist Ich gehe einfach Im Moment Wir machen das alles noch so ein bisschen lustig Und frisch Und lernen den Drachen so ein bisschen kennen Einfach mit dem Content Den er gemacht hat Ich sag ja mal Wir greifen einfach in die bunte Kiste des Contents Den er uns hinterlassen hat Mit seiner liebevollen Art und Weise Und wir werden dann auch später Das ist auch so eine Zwangsstörung hier Sein Gesicht zu umkreisen Rüdiger es lenkt mich ab Wir werden eines Tages vielleicht mal näher auf diese Geschichten eingehen Aber noch möchte ich das nicht Weil das ist halt Ja Ich muss das dann ab 18 stellen Und so Wenn man das dann Ja irgendwie unschön Lasst uns da noch ein bisschen warten Lasst es uns noch etwas genießen Dem ist jetzt ein Jahr ungefähr her Seitdem auch viel daran gearbeitet habe Ja für mich sind einfach so die Bücher Es ist einfach etwas Es dauert einfach ewig Meine Streams auf Juno Gehen natürlich ganz normal weiter Es wird jetzt mal passieren Dass einmal ein, zwei Tage keine Streams kommen Immer wieder mal Aber das seid ihr ja gewohnt Es ist ja immer unterschiedlich Wann ich streame Ich habe auch keine wirkliche Routine hier drinnen Heute zum Beispiel Hatt ich jetzt keine Zeit zum streamen Also wir haben jetzt heute Dienstag Morgen ist Mittwoch Ja mach mal ein Video Dass du sagst Du hast keine Zeit zum streamen Das ist auch super interessant Schwierig Weißt du Du setzt dich da hin Und erzählst den Leuten Dass du utopisch viel Zeit hast Und dass dir im Endeffekt langweilig ist Und dann könntest du doch theoretisch Einfach auch Dir zuliebe eine gewisse Routine reinbringen Dass du sagst Du weißt eh nicht was du tun sollst Um 18 Uhr Setz du dich da hin Und machst zwei Stunden Streamen Oder sowas Dann können die Leute sich ja auch darauf einrichten Und du dich auch Und dann Wie gesagt Wenn du so ein bisschen Routine im Tag hast Das tut ja auch gut Dann kannst du den Tag darum rumplanen Dass du vorher oder nachher was isst Und Oder wann du halt deine Käse-Makaroni In den Ofen steckst Ne Aber du kannst halt so ein bisschen Struktur entwickeln Ich weiß Das willst du eigentlich gar nicht Du willst dich einfach wieder nur hinsetzen Und irgendwas erzählen Beziehungsweise mittlerweile ist Mittwoch Ich hab jetzt auch gerade Zelda aufgenommen Breath of the Wild kommt dann Breath of the Wild ist ziemlich oft gekommen auch Ne Das äh Ja Weiß ich auch nicht Dann demnächst Hoffentlich morgen auch schon Der nächste Part Wieder direkt Das ist glaube ich gestern aufgenommen Für den Gaming Kanal Kann man also auch auf dem Gaming Ich weiß vielleicht wissen viele immer noch nicht Ich mach auch Gaming Videos Der Link dazu ist in der Videobeschreibung Der Kanal heißt Drachen Games LP Für alle die es jetzt immer noch nicht wissen Die können da mal reingucken Falls ihr Interesse dran habt Ja eigentlich weniger Wenn Wirklich deine Gameplays sind halt auch massiv schlecht Ich will nicht sagen Dass ich bessere hab Aber wenn ich mal vielleicht Welche mach dann Keine Ahnung Entweder versuche ich das Spiel interessant zu gestalten Oder den Irgendein Thema da anzusprechen Oder was auch immer zu machen Aber ich setze mich da halt Dann nicht wieder Dulli hin Und spiele drei Stunden Und sag gefühlt fünf Wörter Ne Mach ich nicht Würde ich nicht fühlen Dann kann ich das auch alleine Für mich zu Hause spielen Kommt momentan Tasty Blue Das hat jetzt erst angefangen Das Projekt Da kam heute der erste Part Da muss ich jetzt über Nacht auch noch hochladen Ohne Ende Und morgen Kommt dann wieder Zelda hinzu Und dann wenn alles klappt Übermorgen Fable Zumindest ist es so geplant Mir geht es soweit gut Für alle die mich nur auf YouTube verfolgen Mir geht es soweit gut Ich bin nach wie vor ganz gut drauf Bisschen angepisst Wegen der Sache am 20. Aber das ist glaube ich nicht verwunderlich Kotzt mich nur an Dass halt so viele Unschuldige Damit reingezogen werden Mir persönlich Psychisch Nur zur Info Es geht dem Rüdiger gut Danke für die Info Und die Unschuldigen Die werden reingezogen Wegen anderen Leuten Wie das ist Eine unhaltbare Aussage Psychisch geht es dementsprechend Auch nur in der Richtung nahe Was die Leute so gegen mich haben Oder mit mir anstellen Oder mit mir anstellen wollen Oder mit meinem Grundstück Peter Gar kein Problem Da kannst du auch nichts für Da wirst du noch einiges an Input bekommen Ob es jetzt der Rollstuhl Snoopy ist Oder andere Kamel basierte Dinge Geht mir auch nur insoweit nahe Was halt dann körperlich Oder tatsächlich auch real passiert Was die Leute so im Internet erzählen Oder so Das ist eigentlich eine Sache Das geht einem ja komplett vorbei Das ist dem Rüdiger egal Jedes Mal wenn Ofenkäse ein Video macht Dann geht dem Rüdiger das total Ist ihm das total egal Mir ist es einfach nicht interessiert Also folglich Mein emotionaler Zustand Weil da wird ja immer gerne drüber spekuliert Da wird ja immer gerne drüber spekuliert Naja Du lässt dich auf diese Diskussionen ein Das sind halt alles Doktoren und Professoren In den Kommentaren und auf den Plattformen Ich frage mich dann auch immer Bruder Warum bist du auf TikTok Wenn du eigentlich Diagnosen stellen kannst Und Facharzt für irgendwas bist Warum TikTok Aber so sind die Leute halt Ist eigentlich ganz stabil Ich bin eigentlich ganz fröhlich zur Zeit Ist auch eine gewisse Erleichterung Nicht immer die ganze Zeit Videos zu machen Wobei ich sagen muss Das ist nämlich keine Videos zu machen Papa wie oft denn noch Das läuft so nicht Ah ok Unruhiger macht Wie konsequent ich wieder bin Als wenn ich Videos mache Weil ich halt irgendwie Mich so daran gewöhnt habe Weil es ist ja mein Beruf im Prinzip Das ist genauso wie wenn ihr jeden Tag auf Arbeit geht Und dann plötzlich Keine Ahnung entlassen werdet Und dann die ganze Zeit denkt Ich muss auf Arbeit Ich muss auf Arbeit Genauso ist es im Prinzip für mich auch Ich hab die ganzen Der Lord Wer kennt ihn nicht Dieser Druck immer wieder Videos zu machen Weil seine Fans das erwarten Ja natürlich Genau Zeit ist eben so im Hinterkopf Ja heute noch ein Video Achso geht ja nicht Brauch ich nicht Und dann habe ich mich Geht ja nicht Brauch ich nicht Ähm Das ist halt immer irgendwie So ein komisches Gefühl Und dann habe ich mich auch Gelegenlich auch an Skripten gesetzt Und hab das Skript halb fertig Und denk mir dann Brauch ich hier gar nicht Hab ich auch schon Eben macht der Lord Fry Einfach so Ne Braucht er kein Skript Macht er Inpro Etliche Skripte gelöscht Es ist ein merkwürdiges Gefühl Die Sache ist ja Mich zwingt ja keiner Wie gesagt Mich zwingt keiner Das aufzuhören Oder zu machen Ich mach das eigentlich Weil ich halt Ein bisschen kooperativ Sein will mit den Leuten Die da jetzt momentan Gegen solche Leute vorgehen Die da Scheiße bauen Der Lad möchte Der Kooperationslad Möchte kooperativ Mit den Leuten sein Die gegen die Leute vorgehen Wer kennt das nicht Hör auf Harper Hör auf für mich zu mobben Lass es doch jetzt Oder bauen Dann würde ich sagen Ich bedanke mich jetzt Auf jeden Fall mal An dieser Stelle fürs Zuschauen Ja bitte Wo die Frage ist Wo kann ich mich bedanken Für das Video Ist wie gesagt Nur ein kleines Infovideo Beziehungsweise ein bisschen Labervideo Keine Ahnung Wofür es jetzt nicht gut ist Aber ich hab mir gedacht Kurzes Lebenszeichen von mir Wäre sinnvoll Gut Dann danke ich euch fürs Zuschauen Ich hoffe dass ihr beim nächsten Video Wird immer dabei Bis dahin Euer Drache Und haut rein Ciao Leute Was wissen wir jetzt Dass es ihm gut geht Also wer hat uns informiert Danke Drache Dass es ihm wirklich gut geht Ich bin sehr froh darüber Dass du uns informiert hast Dass es dir gut geht Ich hab jetzt schon keine Lust mehr Wenn ich Aber wir gucken mal rein Das ist ein bisschen später Aber die Da könnt ihr auch wieder zählen Wie viele Dinger da auf der Tapete sind Metal Leute Servus Metal Rüdiger Und ein herzliches Willkommen So ein Hauch von nichts Einfach wir haben uns gedacht Wir stylen halt einfach gar nichts Und setzen uns so vor die Kamera Guckt hier wie er mit seinem verträumten Äuglein hier In die Kamera guckt Was ist das hier wieder Irgendein Lappen oder so Wie sieht denn das aus Dieses Monsterposter oder was Vor dieser Ja wie nennt man so eine Tapete Mit Blümchen Bann Drachen Heute mal Das erste Mal seit langem Wieder in einem Dragon Monday Oha das ist ein Dragon Monday Ja Haupt Drachenlord Hauptkanal Comeback Dragon Monday ist ein Format Wie gesagt für diejenigen Die es noch nicht kennen In dem ich über Meine Woche spreche Entweder darüber Was ich in der letzten Woche hatte Also soll das eigentlich So ein zusammengefasster Vlog werden Von nichts was du am Tag erlebst Über nichts was du in der Woche erlebst Und am Ende wurde es dann halt Ja halt auch so ein Quatsch Der irgendwie nie gekommen ist Und oder Über die Woche was ich in der Zukunft vorhabe Also in der kommenden Woche Außerdem über Mein Gaming Kanal Was hier und da Auf dem Gaming Kanal läuft Außerdem auf meine Auf meine Ideen Von Ich mach das auch bekloppt Dass wenn du YouTuber bist Oder irgendwie Content machst Dass Du dir nicht die Mühe machst Und kurz ein Stativ dahin stellst Und dich dann auf die Couch setzt Und vernünftig mit dem Publikum Sprichst halt einfach Das sieht halt auch so So Null-Bock-Einstellung aus Irgendwelche Videos Oder irgendwelche Themen Und so weiter Halt so wie ich hier im Moment Aber ich hab halt auch Null-Bock Und ich lass euch das auch spüren Und ja Entsprechend halt eben Ein bisschen berichten Was mit mir Mir geht's auch heute nicht so gut Hab ich das schon erwähnt Dass es mir heute nicht gut geht Aua der Vogel beißt mich Und Tut mir weh alles Und Das muss ich ja auch immer machen Ich hab auch Kopfschmerzen und so Hunger weiß ich noch Doch hab ich auch Hab ich jetzt gleich Hab ich schon was gegessen Ja ich hab eben gegessen Aber ich könnte wieder Ich hab noch Brötchen Mir und mein Kanal aktuell Läuft Fangen wir vorne an Zuerst einmal Dragon Monday Ich will das Video natürlich Wie der Name schon sagt Immer am Montag hochladen Vielleicht in Zukunft auch einfach Drachenmontag Ich weiß es noch nicht So das wäre das eine Ich möchte auch schauen Dass es wirklich wieder Das wäre auch voll lustig gewesen Wenn das Ding am Ende Drachenmontag gehießen hätte Jede Woche kommt Und da werde ich mich erst Weil es wird Snoopy im Chat Gemobbt Dann wird hier sofort Schalte ich mich ein Freunde Wenn ich das so Ich hab nur am Rand Wenn Snoopy hier gemobbt wird Dann schalte ich mich ein Freunde Und ihr wisst was das heißt Dann tut er sich hier mal auf Nee Ja ich erst Dann du Eben Seid freundlich zueinander Erstmal komplett drauf fokussieren Dass es auch wirklich kommt Weil es ist halt schon wieder So ein Hin und Her Und Ich bin momentan sehr unzuverlässig Was meine Videos auf dem Hauptkanal angeht Momentan Freunde Momentan ist er sehr unzuverlässig Ich brech ab Weiß Es tut mir auch echt leid Im weiteren Verlauf Wenn ich das halbwegs wieder hingekriegt hab Vielleicht kommt dann auch schon Die erste Folge diese Woche Ich weiß es nicht Es kommt jetzt darauf an Wie viele Tatendrang ich hab Ich würde die Woche gerne noch Eine Folge von Drachenlord Wieder hochladen Dafür hab ich eigentlich schon was aufgenommen Das hab ich aber glaube ich In einem Video schon mal erzählt Das ist ein echtes Problem aktuell Das spinnt ein bisschen rum Weil ich hab nämlich irgendwie Die Kommentare die ich mir schon rausgesucht hatte Und auch schon Skript dafür geschrieben hab Irgendwie fehlt es Ich weiß nicht warum es fehlt Keine Ahnung wieso Aber ich werde schauen Dass ich das auch dann Die nächsten zwei drei Wochen Irgendwann wieder in Angriff nehme Das soll dann immer am Mittwoch kommen Das heißt Montag und Mittwoch Ist schon mal abgekaspert Und tatsächlich möchte ich wieder Voll durchstarten Auch wie gesagt Der Durchstartlord ist unterwegs Freunde Mit 100 Sachen 80 Kommt der mit der Content Offensive Und Brudi nicht mal Herr Müller kann ihn aufhalten Hör auf mich zu mobben jetzt Lass mich in Ruhe Dann geh hier oder so Aber lass mich Nein Nicht über Umwege auf mich wieder Dann kriegst du Nee 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 So Ich muss kurz ändern Ja guckst du doof Ich verspreche noch nichts Jetzt sitze ich so nah hier Und der Rüdiger ist so nah an mir Ich hab das nicht so gern Ich werde mich erstmal Auf Montag konzentrieren Auf den Dragon Monday Damit ich mal wieder Eine Routine reinkrieg Und wenn ich dann Eine Routine langsam hab Dann werde ich schauen Dass ich dann nach und nach Mehr mache Aber es wird wahrscheinlich Auch relativ schnell Vermutlich auch noch Diese Woche dazu kommen Dass ich ein Video mache In dem ich Unter anderem Themen Dabe sind Die mich von Oder auf die mich Zuschauer gebracht haben Ich werde es mal kurz erläutern Ihr braucht aber nicht In die Kommentare schreiben Was ihr davon jetzt haltet Weil es wie gesagt Ne bitte schreibt mir auch Nichts in die Kommentare Was ihr davon haltet Das macht man hier Nicht auf YouTube Dafür nochmal ein extra Video Geben wird Ob ich das Team Hey Drecken Mandai Woche oder nächste Woche In Angriff nehmen Ich weiß noch nicht Die ersten drei Themen Stehen schon mal fest Und zwar Ich weiß Das sind so die ersten Anzeichen Glasige Rote Augen Und halt Ein wenig Dom Im Kopf Aber nein Ich glaube Er ist halt Generell So ist er Du brauchst keine Angst Vor ihm zu haben Mich beschützig Generell ist er so Ein wenig Komisch Und Das hat auch manchmal Vielleicht hat er auch Wieder geweint Man weiß es nicht Läuft das ganze Format dann so ab Dass ich euch ein Video gebe Also ein Video mache In dem ich euch die drei Themen vorschlage Und dann könnt ihr innerhalb der Kommentare Nicht in irgendeiner Abstimmung Sondern in den Kommentaren Dann reinschreiben Was für ein Format ihr davon möchtet Von den dreien Und auch eigene Vorschläge Zu den ganzen machen Jetzt können die Zuschauer Sich auch schon Formate aussuchen Ich bin Freunde Formataussuchslot ist da Deswegen soll ihr es in die Kommentare schreiben Es wird dafür keine Abstimmung geben Das hat mehrere Gründe Zum einen möchte ich wieder mehr Auf die Kommentare eingehen Auf meinen Videos Und zum anderen möchte ich Auch ein bisschen Eure eigene Mann dazu haben Was ihr möchtet Da könnt ihr dann Wenn zum Beispiel ein Thema Video Drinnen steht Das werde ich auch wie gesagt Alles nochmal erzählen Da könnt ihr wenn zum Beispiel Ein Thema Video unten drinnen steht Er macht nochmal so ein Video anscheinend Wo er irgendwelche Macht doch einfach Deine blöde Umfrage Oder Abstimmung Dann sehen die Leute das Und können abstimmen Anstatt ein Video darüber zu machen Steht Was ich euch vorgeschlagen habe Mit einer Spezifizierung Von zum Beispiel Welchen Drachen Oder welche Drachenarten Und so weiter Werdet ihr gleich verstehen Was ich meine Oh ja wichtig Welche Drachenarten gab es Dann sagt ihr Okay das möchte ich auch Dann könnt ihr den Kommentar liken Meinst du Ach das Ja das stimmt Das könnte natürlich auch Ja klar das ist ein Poster Aber es ist kaputt Hör bitte auf Die Leute hören das Jetzt reicht es Ich Mit den drei Themen an Es gibt wie gesagt Drei Stück Für das erste Video Das wird aber in einem eigenen Video Nochmal gemacht Also bitte nicht hier in die Kommentare Spammen damit Video Nummer 1 Also Video Thema Nummer 1 Ist Drachen Deswegen habe ich es gerade erzählt Die Sache ist aber Bei Drachen gibt es so viele Allgewaltigen Themen Und Situationen Und Sachen Die man Nicht richtig Interpretieren Oder wissen kann Oder so Deswegen würde ich sagen Ich habe jetzt schon keinen Bock Auf dein Drachen Video Sage ich ganz ehrlich Wenn du da rumstammelst Und stotterst Dann nee Habe ich keinen Bock drauf Erzähl mir nichts über Drachen bitte Man unterteilt es in zum Beispiel Filme und Oder Bücher Im Idealfall Filme oder Bücher Dann könnte man es noch In das Thema Fantasy Beziehungsweise halt Geschichte Geschichte Verlinken Dann könnte man sagen Okay man nimmt dieses Mal In der Folge Jetzt nur die Geschichten Von den Drachen Aus der realen Welt Also es gibt ja genug Geschichten darüber Bruder Drachen In der realen Welt Genau Wie zum Beispiel die Ich bin mir gar nicht sicher Ob das auf einer In Anführungszeichen Realen Geschichte Basiert Da gab es ja zum Beispiel Das Thema Mit der Nibelungensage So ungefähr Sage Die reale Welt Ach man Heute ist anstrengend Mit dir Wie gesagt Da weiß ich nicht Da habe ich mich noch nicht Mit beschäftigt Aber dann würde ich mich Ja zum Beispiel Mit dem Thema Drachen Auseinandersetzen Und dann mit dem speziell Bruder das ist aber auch Nicht normal Diese Scheiß Kennt ihr das Diese Plastikflaschen Die wenn du Wenn du da so ein Die klacken Oder irgendwas Nach einer Zeit Ich kriege hier Herzefakt Ich habe gestern Habe ich noch Auf dem Discord Hör auf jetzt Discord geschrieben Dass ich heute Im Stream umkippe Ein Thema Das ihr euch aussucht Und würde das dann Immer am Ende der Woche Hochladen Dann gäbe es In dem Fall jetzt Wie gesagt Ich werde euch dreimal Kurz erklären Das dritte Thema Es reicht Ich warte mal Ich tu da mal Irgendwie die Luft ändern Das ist Das ist mir zu kriminell Das soll nicht das letzte sein Was ich sehe da Das zweite Thema Wäre Musik Da könnt ihr euch entscheiden Soll ich über Musik reden Also über irgendein Spezielles Thema der Musik Wie zum Beispiel Irgendein Genre oder so Oder soll ich Einfach nur ein Headbanger Video machen Oder generell Irgendwas in die Richtung Und ich weiß Dass das jetzt sehr Einfallslos ist Aber Thema Nummer 3 Wäre mal wieder Eine Folge von Time of Metal Das wäre mal eine Sache Time of Metal Also Time of Metal Für die Leute Die nicht wissen was es ist Time of Metal Ist im Prinzip Auch ein bisschen So ein Labervideo Wie das jetzt hier Wo ich mir Eine CD raussuche In dem Fall auch Gerne nach Wahl von euch Wie gesagt Wie gesagt Am besten macht ihr Den Content für ihn Am besten So war es ja auch Theoretisch am Ende Dass er vorgefertigt Alles bekommen hat Und das einfach Nur vorlesen musste Und selbst das Hat er eigentlich Sehr langweilig gemacht Ich werde natürlich Auch ein bisschen Darauf achten Dass es nicht Rechtsradikal ist Oder sonst Sicher Scheißtrek In die Richtung ist Aber ansonsten Dürft ihr euch Gerne was wünschen Achtung Rechtsradikale Scheiße Wird sowieso gebannt Brudi Du gehst mir mal Mit deiner Scheiße Nicht auf den Sack Es sieht einfach Utopisch Unfassbar niedlich aus Wie dieser Vogel Hier Sich nicht entscheiden kann Ob das Mikrofon Ihn streicheln soll Oder ich Och guck ihn dir an Ne so geht das nicht Du bist zu Du bist zu tief Du brauchst das Mikrofon Nicht anzugreifen So da bist du Wir haben uns jetzt mal Groß gemacht Das ist schönerer Content Eigentlich ne Ja Nicht am Rücken So Bist du fein ne Ja So jetzt ist es auch wieder gut Pass auf Ich bin Medienprofi Zack Guckt euch das an Macht mich auch glücklich Weil ich so ein bisschen Hacker Man bin Nebenbei bemerkt Das sind so die Themen Ideen Die ich dafür habe Wie gesagt Dafür kommt nochmal ein extra Video Denke ich auch die Woche Und das werde ich Wie gesagt Wenn es hinhaut Einmal die Woche Ende der Woche machen Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Euer Drache Haut rein Und ciao ciao Tschüss Rüdiger War jetzt nicht so spannend Fand ich Ne Also Hat mich jetzt nicht so Entertaint Aber wir haben noch was Ne Wenn das in der richtigen Lautstärke ist Freuen wir uns da auch Wir sind im gleichen Raum Das Poster ist auch immer noch nicht Repariert Warum Aua Meine Haar War das der Anfang Ist das der Anfang Fängst du so deine Videos an Hm Metal Leute Servo Okay Metal Rüdiger Dann ist ja alles gut Oh nein Aua Ach der harte Metaler Meine Hand Ja Jetzt ist jetzt die rechte Nicht mehr die linke Die linke hat zwar auch noch Ein bisschen ihre Und er erzählt Das erste Er macht die Kamera an Und erzählt uns wieder Ach mir geht es nicht gut Ich habe Schmerzen Ich habe dies Ja wir Stimmung im Video Macken Wobei es ja jetzt mittlerweile Schon vernarbt ist Aber ich habe dafür jetzt am linken Genau hier Tut es mir auch weh Und ich habe Bruder Ich kann meinen Finger jetzt nicht Detailreich Wenn ich den jetzt zeige Dann will mich gar keine Mulle mehr Sag ich dir ganz ehrlich Au Siehste da fängt es schon an So klopft oder was So Da fängt es schon an Ne Das sind echte Narben Nicht das was du da hast Dem jetzt passiert nichts Brauchst mich nicht Oder wolltest du mich auch angreifen Was war denn das Für ein Blick von dir Harper Kollege Also Es geht heute um mehrere Themen Das ist jetzt mehr ein Vlog Als ein Video Als solches Aber ich werde es Jetzt mal noch zu dem Thema Ein bisschen benennen Irgendwie titeltechnisch Damit ihr wisst Um was es auch geht Fakt nur eins Ich möchte über ein paar Kommentare Na du Ich mag das nicht Wenn du über Fakten redest Kommentare sprechen Die wir im Video haben Ich möchte über Das Video sprechen Das wir eigentlich machen wollten Am Wochenende Es ist jetzt Freitagabend Und ich werde kurz mal was anreißen Das mache ich jetzt am Anfang vom Video Was gerade schon wieder los war bei mir Und dafür auch am Montag Schon Aufnahmen habe Weil ich da eben eigentlich Ein Video gemacht habe Im Prinzip das Video hier Genau Den Also Und Das Problem ist Dass ich trotzdem ein Video machen wollte Weil ich euch gesagt habe Ich mache meine Videos und so Und ich möchte das auch machen Jetzt habe ich gestern noch ein Auspackvideo rausgeballert Bruder Weißt du Du guckst dir das doch danach an Um zu schneiden Merkst du nicht Dass es utopisch Uninteressant ist Dass der ganze Bullshit Den du da laberst Eigentlich kein Mensch interessiert Und im Endeffekt Ja du hast dir gedacht Du machst ein Video Ja mach halt ein scheiß Video Aber erzähl uns nicht Dass du dir gedacht hast Dass du ein Video machst Deswegen Ja Und aus vielen anderen Gründen Also Fangen wir vorne an Ich werde zwischendurch immer mal wieder unterbrechen Ich hoffe das Video kommt trotzdem halbwegs so rüber Weil ich auch Kommentare ansprechen möchte Und die möchte ich gleich ansprechen Sonst vergesse ich sie wieder Der eine meinte Mein Raum Warum der so komisch rund wirkt Das liegt daran Dass ich mit einer sogenannten Fischei Linse Aufnehme Das heißt Wie er sich fühlt ne Wie er sich einfach fühlt Wenn er Wenn er einfachste Dinge erklärt Soll er Fischei Wie hat er das genannt? Das liegt daran Dass ich mit einer sogenannten Fischei Linse Fisch Fischei Linse Also Aufnehme Das heißt Meine Linse Von meiner Kamera Ist leicht gebogen Das ist eine sogenannte Fischei Optik Oder Fischei Linse Und dadurch wirkt der Raum Also dadurch dehnt sich quasi das Bild Was dann den Raum quasi so umfasst Also im Prinzip sitze ich hier in einem Raum Der ist Fünf Meter Vier Meter breit Ungefähr Und ihr seht quasi die Wand links Und die Wand rechts Ja Und natürlich auch die Rückwand Wenn ich nicht gerade davor sitze Genau Wäre das dann nicht theoretische Weitwinkel? Ist das das gleiche? Oder Vertue ich mich da nur? Das ist so theoretisch ja das gleiche Ob Fischei oder nicht siehst Aber halt Dieses gekrümmte Ist ja auch egal Ich bin gerade am überlegen Ob das heißt Dass du eigentlich noch dicker bist Und einfach In der Mitte Der Aufnahme Dadurch Dass es ja ein Weitwinkel ist Noch Weniger Ich weiß nicht Ich habe immer Rode Augen Ich schlafe Am Tag Vor allem jetzt muss ich wieder Seht ihr Leute Da erklärt er das Er hat immer rote Augen Frühling Auf Sommer Zu geht Schlafe ich bloß Ungefähr fünf Stunden am Tag Vielleicht auch nur vier Das heißt Ich habe immer rote Augen Das ist bei mir völlig normal Das hat nichts damit zu tun Dass ich irgendwie geheult habe Das hat nichts damit zu tun Dass ich irgendwie Keine Ahnung habe So und wer jetzt wieder daherkommt So und wer jetzt wieder daherkommt Hast du wieder geheult Dann solltet ihr euch vielleicht mal In den Kopf rufen Dass wenn ich wirklich geheult hätte Euch das auch sagen würde Oder zeigen würde Weil ich habe doch da Normalerweise kein Problem damit Oder etwa doch Video Ich wollte eigentlich Warum sind wir jetzt Bei deinem Weinen Wolltest du nicht Irgendwas anderes erzählen Rüdiger Video die Woche raushauen Am Ende der Woche Zu dem Thema Wo ich euch vorher gefragt habe Was ihr möchtet Dafür habe ich immer Drei Ideen gehabt Die ich euch auswählen wollte Dafür habe ich immer Drei Ideen gehabt Die ich euch auswählen lassen wollte Aber bedauerlicherweise Hat so gut wie keiner Wirklich was drauf kommentiert Ich weiß nicht Ob meine Erklärung Von dem Video Was ich nicht glaube Weil ihr seid ja selber Alle nicht dumm Entweder habt ihr nicht erkannt Oder begriffen Doch ich bin sehr dumm Und ich bin gerne dumm Ich muss mich ja weiterbilden Mit deinem Content Wie das funktionieren soll Oder was ich für wahrscheinlich Erhalte Es sind einfach mal wieder So viele Treus darunter Und diejenigen Die keine Treus sind Haben keine Lust zu kommentieren Oder trauen sich nicht Was nichts Ja Die trauen sich nicht Einen YouTube Kommentar zu machen Oh ne Das ist Übersteigt meine Kompetenzen Ja du hast recht Einige Leute da draußen Den sollst du auch So einen YouTube Führerschein Einfach entziehen Aber damit musst du dich Halt auseinandersetzen Und das im besten Fall vernünftig Damit du den anderen auch zeigst Dass du das vernünftig machst Und halt Nicht so wie du Auch jede Handfeste Kritik Einfach als Hate Und Mobbing abstempeln Dann brauchst du dich nicht wundern Wenn die Leute dann irgendwann Komplett Eskalieren Das heißt Dass ihr feige seid Sondern die trauen sich nicht Wegen den Hatern Weil die dann auf ihrem Kanal Die ganze Zeit die Hater haben Was ich verstehen kann Ganz im Ernst Das kann ich verstehen Aber es ist halt irgendwie schade auch Gut Deswegen fangen wir jetzt Mit dem Thema an Ich werde Dieses Videoformat Nicht weitermachen Ich möchte Oh mein Gott Das Videoformat Stimmt aus von Drachen Ich möchte dazu aber auch Kurz erklären warum Zum einen Also es hat Mehrere Gründe Die aber alle Aufs gleiche hinauslaufen Drache Der Hauptgrund dafür ist Kannst du nicht abstreiten Ich sage das immer Ungerne Weil dann lachen sich Immer alle drüber lustig Mir auf gut Deutsch Den Arsch Aufreise Dafür Dass das Video kommt Dass ich das Video hinkriege Dass ich das Video mache Und letzten Endes Kommt von euch Absolut null Initiative Obwohl es eigentlich ein Format ist Das ich für euch mache Und vor allem mit Themen Die euch auch interessieren Wo kann ich mich für deine Videos Und Streams bedanken Ne Das hast du ja auch erwähnt In einem Stream Dass es eigentlich so sein müsste Dass du gibst dir so viel Mühe Mit deinem Quatsch Du kannst uns auch nicht vorwerfen Dass es für dich Einfach utopisch viel Arbeit ist Allein so ein Video zu machen Was für jeden anderen Das einfachste auf der Welt wäre Ist halt für dich Unfassbar viel Arbeit Du kannst es den Leuten nicht Schlecht Oder Schlecht auslegen Dass die der Meinung sind Das ist nichts Ja Das hilft da auch nicht Wenn ihr euch überhaupt Nicht dazu äußert Dann okay Sei doch froh Weil wenn man sich dazu äußert Dann sagt man Boah Digga Das ist scheiße Und dann ist es wieder Kacke Dann ist es wieder Mobbing halt ganz einfach Selbst wenn man dir schreibt Ja das ist nicht so gut Weil die Ausleuchtung Nicht so toll ist Das ist ja Mobbing Ich hab die besten Softboxen Ich hab drei Softboxen Ich bin der beste YouTuber Also es gab halt lauter Leute Also es gab halt fast nur Leute Die sich auf Sachen Ja machen wir das und das Thema Oder das und das Thema Die haben anscheinend nicht begriffen Dass ich drei Themen vorgeschlagen hab Und dass ihr nur zwischen diesen drei Themen wählen konntet Es gab drei vier vier fünf Leute Die das gemacht haben Und ein paar mehr Und ein paar mehr die dann das noch geliked haben Aber das Dumme ist daran jetzt wiederum das gewesen Dass das so ausgeglichen war Und dass das so verstreut teilweise in den Kommentaren war Dass ich teilweise die gar nicht gefunden hab Also Wie könnt ihr es wagen verstreut in den Kommentaren zu schreiben Ja könnt ihr da auch bitte vorher erahnen Was der davor und da drüber Und auch die Sortierung Wenn das einer neueste beliebteste oder so Ihr müsst das Was hast du für Erwartungen Es sind viele Kommentare gewesen Das muss man sagen Es sind echt viele Kommentare gewesen Es sind 1490, 1500 Kommentare gewesen Das sind wirklich sehr viele bei mir Also sogar bei mir sind es sehr viele Und ja Es ist einfach zu Ich weiß nicht Es hat halt im Prinzip null gezeigt Es ist halt null Weil halt 1485 der Kommentare In deinen Augen Mobbing waren Und halt 5 Kommentare Troll-Kommentare Die du nicht kapiert hast Nur Mist dabei rausgekommen Ich weiß nicht Es macht halt einfach den Eindruck Als hättet ihr überhaupt keinen Bock drauf gehabt Und Ja dann Warum so lange noch durchhalten Und kämpfende Drachne Ich hab ehrlich gesagt Überhaupt keine Lust Mit den Arsch dafür aufzureißen Wenn ihr selbst keinen Bock habt Weil es macht keinen Sinn Das ist Ja eben Macht keinen Sinn Wenn du siehst Dass da sogar kein Bock da Verstehe ich Also Ist die Sache hergeklärt Alles Gute Und zwar gab es einen Kommentar Da muss ich jetzt zustimmen Du hast recht Aber vermutlich aus einem anderen Grund Das du gedacht hast Eben erst mal in Kräften Vermutlich aus einem anderen Grund Du hast vielleicht recht Aber Ja Bobben oder Snoopy Dann würde ich das auch machen Aber du Bei dir will halt einfach keiner Mit dabei sein Weil man da halt auch nicht positiv wegkommen kann Zuschauer Ihr seid diejenigen Für die ich die Videos mache Ihr seid auch diejenigen Die da Für gesorgt haben Dass ich in den letzten Jahren Wenn ich jetzt sage Den Verstand behalten Oder Verstand Na ja Weiterhin noch hab Quasi Dann lachen wahrscheinlich viele Aber tatsächlich Mach ich meine Videos Für euch Das war noch Das ist ja manchmal echt schwer Für mich ernst zu bleiben Wenn er da sitzt und sagt Er macht die Videos Für uns Für uns Macht er die Videos Danke dafür Noch nie anders Das war schon immer so Das war schon immer so Das wird sich nie ändern Der Drache liebt euch Freunde Ganz früher Habe ich es für mich Und meine Freunde gemacht Also ganz Ganz früher So die ersten zwei Videos Dann hat er gemerkt Wie raketenartig Er mit 80 Abonnenten Durch die Decke gegangen ist Und hat erstmal Autogrammkarten gemacht Ganz ganz am Anfang Das war vor Vor acht Jahren Oder was Oder ja Doch halt 2011 Ungefähr Wie ich angefangen habe Mit Videos Habe ich es für mich Und meine Freunde gemacht So ein bisschen So ein Scherz alleine So nebenher Aber irgendwann Habe ich dann angefangen Das auch öfter zu machen Und habe dann auch gemerkt Ja es gab viele Die das auch interessiert Oder die das auch schauen Oder die keine Ahnung Die wollen das sehen Und dann habe ich das halt Als weiter gemacht Genau Und das war halt Irgendwie bedauerlich Weil Es gab letzten Endes Halt niemanden Der da groß Weiß nicht Ich wollte dann halt Letzten Endes Viel für euch auch mitmachen Eben Er wollte viel für uns machen Er hat sich immer dafür eingesetzt Das Content an erster Stelle Es hat ihm halt auch immer Spaß gemacht Auch in kleinen Gruppen Einfach Ja Tolle Themen zu besprechen Und einfach mit den Leuten zu Intergen Gehen Aber irgendwie hat sich keiner Wirklich dafür engagiert Vorig genug Was du den Leuten Sagt ihr Sagt ihr Die Leute Die Leute dir halt Geltenden Rachen gekippt Damit sie dich beleidigen können Und das wusstest du irgendwann Und hast das schamlos ausgenutzt Ekelhaft Ideen mehr Blablabla Er macht das jetzt nur mit ihrem Geld Und fragt seine Zuschauer Und pumpt seinen Zuschauer aus Quasi damit Nein Doch Absolut Ne Bitte Ich weiß nicht wo ich schlafen soll Spendet jetzt über den Handschuh Damit Er am nächsten Tag Bei Avatar 2 Zweimal in der Kinoschlange stehen kann Junge Das Ich Weiß ich nicht Was Wenn ich dir da 5 Euro Ich Gott Darf keiner spenden Oder Aber stell dir vor Du gibst dem 5 Euro Und dann am nächsten Tag Guckst du Weil du Du kannst nicht ins Kino gehen Weil du hast die letzten 5 Euro Hast du dem Drachen gespendet Und gehst so traurig am Kino vorbei Und dann steht er da In der Kinokasse mit deinem Geld Und guckt sich Avatar 2 an Da hast du Spaß oder Warum kann man den Brüder gar nicht mehr leiden So ist es überhaupt nicht Die Vorschläge Doch ist so Kamen ja von mir Ich habe nicht gesagt Dass ich ihm Vorschläge geben soll Sondern dass ihr mir sagen wollt Was ihr möchtet Weil ihr Von dir kann noch nie was Und da siehst du es doch auch wieder Liefer doch mal Anstatt immer zu fordern Die Initiative muss von euch kommen Da kam ja nichts Ihr habt keine Ideen mit eingebracht Macht doch mal Und dann kannst du Darauf theoretisch aufbauen Dann kannst du Wenn du Wenn du diese Kritik mal wirklich verarbeiten würdest Hör bitte auf Dann könntest du hingehen Und dein nächstes Video Etwas besser machen Und die Leute würden vielleicht andere Kritik Oder weniger Kritik schreiben Oder auch mal sagen Hey das ist besser als letztes Mal Was ja dann auch schon wieder Positives Feedback ist Hast du nie gemacht Nie Müsst du das Video anschauen Nicht ich Ich drehe das Video Ich schaue es mir beim Schneiden an Ich schaue es mir beim Rendern an Und ich schaue es mir dann an Das macht es ja alles noch schlimmer Wo ich auch immer sage Du hast da die Möglichkeit Dir auch nochmal Gedanken zu machen Ob du es hochlädst oder nicht Und wenn es fertig ist Und du schneidest gegebenenfalls nochmal Nochmal schneiden Ja richtig Das ist das auch Du lügst dir doch da jetzt wieder die Hucke voll Das kannst du dir Wo schneidest du denn viel Ja du hast mal so irgendwie Ab und zu mal einen Schnitt drin Weil du einfach nicht auf den Punkt kommen kannst Weil deine Die Leistung hier irgendwie So ein bisschen beschränkt ist Was auch gar nicht schlimm wäre Aber du sagst ja immer Du bist so intelligent und schlau Und willst Kommunenleiter sein Aber das ist letzten Endes die Sache Ich mache die Videos für euch Das war noch nie anders Das habe ich euch auch schon Ich weiß gar nicht wie oft gesagt Und deswegen Verstehe ich halt letzten Endes auch nicht Warum ihr Wenn ich euch dann mal mit einbinden will Dann keine Lust habt Ja weil du halt dann auch so Mit den Menschen umgehst Wie man dich kennt Ganz einfach Ist halt so Und dann hat keiner auf Dauer Lust mit dir zu interagieren Woran liegt das? Ja an dir wahrscheinlich Weil halt auch tausende von Menschen Mit dir jetzt auch oft genug versucht haben Du hast jetzt wieder Ein paar Dumme gefunden Den du da Den Anschein erwecken kannst Aber das fing ja da auch schon gut an Ich meine Die Interviews Die da rausgekommen sind Von der Vom Sicherheitsteam Gibt dir ja schon Einen ganz guten Überblick Was nur von der Ankündigung Und hier ein neues Format Und da Mach doch mal was eigenes Irgendwas Okay Aber dann Warum schreibt ihr dann 100 andere Themen Es ging nicht um die 100 anderen Themen Es ging um die Themen Die ich euch vorgeschlagen habe Ja da merkst du da auch schon Dass es die Leute nicht interessiert Was du thematisierst Nimm doch eins der 100 anderen Themen Die die mal wollten Und dann Versuch dich da dran Und ich habe euch die Themen vorgeschlagen Weil ich selbst auch Lust auf die Themen habe Ähnlich wie bei meinen Let's Plays Möchte ich auch auf meine Videos Lust haben Die ich mache Du willst einfach nur die scheiß Spiele spielen Du die eh spielen würdest Und wo du Bock drauf hast Du würdest dich doch Im Traum nicht dahinsetzen Und ein Spiel spielen Wo du eigentlich Keinen Bock drauf hast Würdest du nicht Ne Außer dazu dieser Fortnite Zeit Und wenn du so gezwungen bist Aber so aus freien Stücken Eigentlich nicht Wenn ich keine Lust auf meine Videos habe Dann brauche ich es ja nicht machen Ja dann hör doch auf Wenn du so gar keinen Bock hast Du gibst uns ja das Gefühl Mit deinem Was du abgibst an Content Dass du einfach Weder Bock auf deine Videos hast Noch Bock auf deine Community hast Noch Bock hast Sich irgendwie weiterzuentwickeln Ja Entschuldigung Das ist kein Sinn Kurzum Es wird jetzt also wahrscheinlich Kein Video zu den Themen geben So eben Das habt ihr jetzt davon Morgen ist nichts mehr Ich werde schauen Ob ich vielleicht doch ein Video Zum Thema Drachen mache Weil das Ja das vielleicht dann Noch so ein Drachen Video kommt Wie Wie der CW-Wert Von den Drachen wäre Ob Ob die Aerodynamik Eines europäischen Drachen Besser wäre Wie eines Südafrikanischen Drachens Genau das sind die Videos Die die Massen interessieren Drache Das hat sich eben Rüdiger Angeboten Und viele meinten ja Also so ein paar meinten ja Die möchten deshalb Allerdings gab es da auch Wieder so Unstreitigkeiten Es gab welche Die wollten Videos Zum Thema Drachen Entfilmen Andere wollten Drachen Entspielen Und es gab sogar ein paar Die wollten die Drachen Unterschiede Also der Drachen Klassifizierung Unterschiede haben Um Gottes Willen Da hätte man nicht Ein Video machen können Was irgendwie so ein bisschen Themenübergreifend wäre Oh Gott Nein Warum Wie Wie wir werden Wir werden Wir werden Wir werden Wir werden Wir werden Europäische Asiatische Und so weiter Siehst du Er sagt es tatsächlich Genau Noch die Woche Vielleicht Vielleicht habt ihr Glück Vielleicht habt ihr Glück Und morgen kommt noch ein Video Von mir Vielleicht Wenn ihr Glück habt Das kannst du dir nicht vorstellen Wenn du Glück hast Guckt sich der eine oder andere Den Schramsch an den du da rausbringst Und versucht mit dir irgendwie zu interagieren Und dir irgendeinen konstruktiven Tipp zu geben Aber selbst wenn er das macht Wird er nur beschimpft am Ende Was ihm Was ihm einfällt Den feinen Lard hier irgendwo im Internet zu mobben So läuft es ne Aber nicht mehr hier Oder so Aber ich denke ich werde es erst Mitte Ende nächster Woche machen Wenn ich es wirklich mache Wenn es wirklich Da könnte Junge ich brauche irgendwas um Minecraft zu spielen Wenn es wirklich immer diese Diese Sätze die halt von vorne bis hinten Du sitzt da vorne Und er sagt was Und am Ende sitzt du da Und ja eigentlich hat er ja nichts gesagt Weil er widerspricht sich ja in einem Satz schon Ich stehe jetzt noch im Raum Ich sage jetzt nochmal dazu Es ist keine Ankündigung Sondern lediglich eine Feststellung Ich kündige zwar an Aber ich kündige gar nicht an Aber ich tue euch das als Feststellung verkaufen Genauso macht man das Dass ich traurig bin darüber Dass es eben nicht funktioniert hat Als traurige Feststellung Entschuldigung Ich war zu voreilig Wenn ihr das vorgestellt habt Wieder einmal Und dass ich eben versuchen will Trotzdem irgendwas zu machen Ich habe jetzt vor Das werde ich wahrscheinlich auch schon Dieses Wochenende noch durchziehen Und auch schon nächste Woche dann Ich habe jetzt vor Ich weiß nicht wie lange ich es mache Aber ich habe jetzt vor Jeden Tag ein Video zu machen Und wenn es wirklich bloß ist Ich stehe morgens auf Ja und dann Ja morgen Und dann später halt so Ja jetzt gehe ich mal Mittagessen und so Oder mache dies und das und jenes Ich werde mit euch nicht draußen rumlaufen Das war auch ein Kommentar Und er meinte ja Warum machst du nicht mal wieder Laufvlogs Ich mache die Laufvlogs aus dem Grund nicht mehr Da guck Da wollte gerade einer mit dir interagieren Und dir einen Tipp geben und sowas Mal sehen was du jetzt sagst dazu Mal sehen was du jetzt sagst dazu Dass du nicht mehr in die Natur gehen kannst Wo wir nie Dann hätten wir wenigstens die Natur noch drumherum gesehen Wenn wir dein Gesicht dabei betrachten müssten Weil wenn ich das gemacht habe Hat es die Hater verstärkt hierher gezogen Achso Die Hater hat es verstärkt dahin gezogen Weil die sich gedacht haben Natürlich Der Drache macht ein Video Mit einer anderen Location im Hintergrund Und das ist jetzt der Grund Warum ich da hinfahre und ihn kritisiere Richtig, genau Und es gibt ein bisschen verschiedene Aspekte Wie ich die Hater manipulieren kann Achso, achso Du bist der große Hater-Manipulations-Lord Ja jetzt ergibt es natürlich einen Schuh Wir glauben das zwar immer nicht Aber ich habe das schon öfter festgestellt Dass ich die Hater in gewisser Weise manipulieren kann Auf verschiedene Aspekte hin Der Strippenzieher-Lord Der sich mit dieser Frisur In ein Video hinsetzt Und erzählt Er würde irgendwelche Leute manipulieren Das kannst du dir nicht ausdenken Das einzige, was ich mal manipulieren würde Wäre deine Frisur Und danach würde ich dieses zerrissene Poster hier Entweder abhängen Oder irgendwas anderes damit machen Bevor ich mich trauen würde Irgendein scheiß Video zu machen Erzähl du mir nicht Wie du Leute manipulierst Und wenn mir irgendwas nicht passt Dann muss ich es nur ein bisschen geschickt anstellen Und ich kann Hört ihn euch an Ich sage es immer wieder Dazwischen finden wir Perlen Die Hater so manipulieren Dass ich meinen Willen kriege Das ist wunderschön diese Aussage Auf verschiedene Aspekte hin Und wenn mir irgendwas nicht passt Dann muss ich es nur ein bisschen geschickt anstellen Und ich kann die Hater so manipulieren Dass ich meinen Willen kriege Richtig Und im übertragenen Sinne Muss man es nur geschickt anstellen Um seine Community so zu belügen Dass sie denken Sie müssten dir Geld spenden Weil du halt sonst nirgendwo unterkommst Oder sonstiges Und im Gegenzug Spendest du dann Solche großzügigen Dinge Also du behauptest Dass du Unterputzdecke gespendet hast Das möchte ich ja auch nochmal Punkt, Punkt, Punkt halten Wie halt ihr wisst Schratzen die Kommentare Genau Und unter anderem Jetzt auch zum Beispiel Meine Videos Die ich wieder mache Es gibt natürlich auch Abstriche Die ich sage Okay Das muss ich jetzt halt so hinnehmen Dann kann ich halt Bestimmte Sachen nicht machen Dafür Sind dann halt Hater von meiner Tür Gut Das ist halt leider nicht zu ändern Auch wenn ich es gerne ändern würde Okay Breaking News Vom Schanzenwatch Rainer hat Tippi gelöscht Interessant Die Frage wäre dann direkt zu wissen Hat Tippi das veranlasst Weil halt zu viele Beschwerden gekommen sind Sind Oder macht er dann Irgendwo was anderes Das wäre interessant zu wissen Es wird halt einfach Nicht genug Geld Drüber generiert worden sein Und soweit ich die letzten Infos bekommen habe Wurde immer wieder Geld zurückgebucht Und dann ist ihm Wahrscheinlich eher Lieber Dass das Komplett aufhört Dass ihm das Ich weiß nicht Ob du das noch Zurückbuchen kannst Wenn es das Konto nicht gibt Gucken wir gleich Mal im Discord Was eigentlich ja auch So die Sache ist Ja Also ich persönlich Bin ja der Meinung Das ist aber nur Wie gesagt Meine persönliche Meinung Ich persönlich bin der Meinung Jeder der hierher kommt Rumschreit Steine schmeißt Und so weiter Sollte erst mal Zumindest An Nacht Im Knast verbringen Einfach mal Um zu merken Was für ein asoziales Benehmen das ist Okay Aber dann machen wir das Fair und gerecht Ne Die Leute müssen sich Für ihre Taten verantworten Und dann machst du das Auch bitte für deine Wenn wir das so machen Dann kann man das so machen Ne Aber du weißt Dass du das nicht so machen willst Aber okay Erstens mal Habe ich nicht das Sagen dazu Und zweitens mal Ja stell dir mal vor Stell dir mal vor Du hättest Um Gottes Willen Viele wissen Ich vergleiche dich auch noch Mit anderen Menschen Aber Kann ich nicht In der Öffentlichkeit Und Also wenn du mal An der Macht gewesen wärst In irgendeiner Situation Um Gottes Willen Die armen Menschen In wirklicher Macht Ne Das ist ja schon schlimm genug Wenn er irgendeinen Discord Halb in den Fingern hat Na gut Es würde auf jeden Fall Abschreckendes Beispiel gelten Aber das kann man halt leider Auch gesetztechnisch nicht durchziehen Das funktioniert nicht Das ist ein Geschick Hat er mit seinem Haus Und seinem YouTube Channel Sehr gut unter Beweis gestellt Ja richtig Also da ist es halt auch Es ist faszinierend Wie du beides Theoretisch so Runterwirtschaften kannst In kürzester Zeit Wie dieser Mensch Das gemacht hat Und das siehst du halt auch An An Ford Blue Hast du das gesehen Ein quasi fast Neuwertiger Jahreswagen Oder sowas Einfach in kürzester Zeit Hälfte an Wertverlust Rabutz Ging gar nicht anders Okay Okay Und wie gesagt Ich will jetzt wieder jede Ja wie gesagt Wie gesagt Fakt ist Am Ende des Tages Etzala Das ist alles Dieses Geschwafel Das ist die ganzen Infosätze In eineinhalb Minuten Machen kann Okay Ich will wieder jeden Tag Ein Video machen Und wenn es nur ein kurzer Vlog ist Mondag kommt natürlich Ganz normale Dragon Monday Ganz klar der Fall Und da will ich auch Wie gesagt noch etwas machen Aus diesem Video hier Wo ich ein Vorvideo Aufgenommen habe Oder wo ich schon aufgenommen hatte Vorvideos Der Profilord Der Vorvideolord Wollen seine Rolle Reingeleitet Wo diese Wo diese Idioten Vor meiner Haustür standen Wieso Akku aufladen Der Akku war doch voll Egal Genau Und das Wer ist denn jetzt der Idiot Wer ist denn jetzt der Idiot Der sagt Er ist hier so Geiler Profi Influencer Und hat dann nicht mal Einen Akku in der Kamera Oder nicht voll geladen Oder keine Ahnung Schließen heißt Schließ halt ein Kabel dran Ist genau wie bei der Harper Cam Das ist genauso Die hat halt ein Kabel dran Damit du immer einschalten kannst Da brauchst du nicht drauf achten Da musst du doch nicht Ach Gott Ich möchte alles so zum Thema machen Und euch anquatschen und alles Gut Dann wisst ihr Gut Dann wisst ihr jetzt Bescheid Ihr habt zu wenig Interesse An seinem Content gezeigt Und theoretisch seid ihr schuld Dann bedanke ich mich Fürs Zuschauen Ich werde mir jetzt gleich An das Video machen Das schneiden Rendern und hochladen Ja viel geschnitten Hast du ja nicht Und im Kopf gerendert Hast du ja auch nicht Wo du dann gesagt hast Eigentlich ist das jetzt nicht Das krasse Video Ich mache mal coolen Content Wo die Leute sich freuen Und lustig Irgendwie was machen Damit ich mal ein bisschen Reichweite Im positiven Sinne aufbaue Aber du hast ja wahrscheinlich Was anderes gedacht Werde die anderen Sachen Noch auf dem Rechner ziehen Damit ich die für Montag auch habe Im Dragon Monday Und ansonsten Sehen wir uns morgen im Video Hoffe ich Wie gesagt Das wird dann jetzt Mal das Was mir vorgeworfen würde Und zwar Das ist auch noch ein Kommentar Zum Abschluss jetzt noch Ich glaube ich habe es aber gerade schon erwähnt Es gab einen Kommentar Der gemeint hat Ja Jetzt fragt ihr seine Zuschauer aus Und so weiter Mit Kommentaren Und bla Und jetzt sollen wir Zuschauer Wieder entscheiden Was wir machen sollen Ja quasi sagt er damals Auch schon in den Kommentaren Ne Also du kannst ja auch Infos einholen Von deiner Community Aber dadurch Dass du diese Diese gut gemeinten Tipps Oft auch gar nicht Irgendwo in Betracht gezogen hast Sagt er auch schon Die Leute machen Content für dich Ja Oder halt Ich soll nicht entscheiden Was ich machen soll Sondern Ich Sage Was gemacht wird Ja am liebsten Hast du das so Dass du coole Ideen kriegst Und dann versuchst du das so aussehen zu lassen Als wäre es deine Idee Ich weiß schon was du da vorhast Oder was du auch immer gemacht hast Ich mache meine Videos Ich habe euch nach eurer Meinung gefragt Wenn ich Nein 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 Wenn wir uns Wenn wir deine Wenn wir unsere Meinung Dir sagen Ist das ja Hate und Mobbing Das geht ja nicht Selbst wenn normale Leute Mit einer ganz normalen Meinung sagen Pass auf Das Video war jetzt nicht gut Aus den und den Gründen Auch wenn es auch nur die Technik betrifft Oder wenn einer sagt Brudi Das sieht scheiße aus Mit diesem zerrissenen Poster hier Als Hardcore Metal Gangster Dann Ja Ist das Hate und Mobbing Und nein Es ist kein Hate und Mobbing Es ist einfach nur Kritik an dem Zeug Und dann kannst du entscheiden Und sagen Hey Da hast du recht Entweder hänge ich ein ganzes Poster dahin Oder mache es komplett ab Oder tue ich das optisch ein wenig Schöner herrichten Weil ich mir Mühe gebe Weil ich euch so liebe Oder irgendein Randster Aber das machst du nicht Ich nur wegen Geld Meine Videos machen würde Dann könnte ich mich einfach nur hinsetzen Und so Du meinst so wie du das Auf der Zaren Couch gemacht hast In deinen YouNow Streams Oder ähnlichen anderen Sachen Oder wie bei TikTok Meinst du das oder Das war's dann Und tschüss Dann würde ich genauso machen Und ich könnte mehr Videos produzieren Und mehr hochladen Und mehr Klicks dadurch auch machen Aber das ist ja nicht Der Sinn der Übung Das ist nicht der Sinn der Übung Ne Weisheitenlord Auch produktiv Und vor allem sinnvoll für euch sein Sinnvoll für uns Sein Content ist sinnvoll für uns Ja Ich hoffe, dass dein Content Irgendwann mal der Auslöser ist Einen Internetführerschein machen zu müssen Sag ich dir ganz ehrlich Das ist das Einzige Was dann vielleicht da mal irgendwie Dass man deinen Fall Als Präzedenzfall irgendwo nehmen kann Aber ich hab keine Ahnung Was man ansonsten damit anfangen soll Tschau Leute Tschüss Rüdiger Ne So Die Leute die jetzt Bis jetzt hier noch dran geblieben sind Die kriegen Hör auf jetzt Die kriegen Jetzt dann auch noch hier Paf Gebe ich euch noch Die restlichen Harper Bilder Ne Sonst kommen wir auch zum Ende Guck mal Ich hab jetzt Hab ich gar nicht gemerkt Ne Eine Stunde auch schon Weil ich euch so liebe Freunde Hier haben wir den Manta der Film Auch eigentlich ein richtig cooler Film Damals so Ne Mit diesem Sechs Äh Dreiachser Manta Harper Und Fuchsi Sehe ich hier gerade Ist das Original Das ist so gut War da so ein Fuchs Ne da war doch kein Fuchs drauf Oder Es ist auch egal Aber äh Finde ich super cool Ne Tiefer breiter Tiefer schneller breiter Hat ihm sehr gut gefallen Was haben wir hier Richtig Ach das ist wunderbar Harper Forever Mit der Mit einem Teil der Crew Vom Discord Ne Der Harper Namenlos Snoopy Halt nur so halb Weil damit Der Rollstuhl ging Nicht ganz aufs Bild Dann Bunlord Hades Sozusagen Und Cringe King Fuchs Das hat aber auch geil Wieder getroffen Junge Junge Das passt Das passt ja wieder Unfassbar Perfekt hier Das ist Freut mich sehr Also da hatte ich sehr Sehr viel Spaß dran Und Dann haben wir noch Harper von Arabien Wie er hier Liebevoll mit seinen Äuglein Zu euch guckt Ne Das war 1962 Hat der Harper da schon Sieben Sieben Oscars Mitgewonnen Ne Freunde Ihr wisst wie das läuft Ne Im besten Fall So wie ich das mag Und was ich mag Sind Likes Mehr müsst ihr gar nicht machen Ich freu mich wenn ihr uns da lasst Medal of an YouTube Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal